so hallo und herzlich willkommen beim neuen video bei verbrauchertest tv das sollte ja eigentlich ein ganz kurzes einminütiges video werden wo ich euch über den aktuellen stand von der auslieferung von works vision unterrichten wollte und ich wollte auch so eine kleine recherche machen also ich bekomme immer wieder kommentare unter den videos gerade bei den works vision video das habe ich unten noch mal in den kommentaren verlinkt immer wieder kommentare wie ich habe mir den jetzt gerade gekauft oder ich habe mir den gerade bei obi gekauft und ich habe dann noch als antwort ja hast du den gekauft oder vorgekauft oder schon mal angemeldet dass du den kaufen willst gibt ja überall momentan die möglichkeit den works vision vor einzukaufen das heißt also schon mal erst mal sich anmelden dass man den kaufen möchte das ist auch bei allen seiten so es kann mir jetzt also keiner erzählen oder ich liege da wirklich so verkehrt der sagt ich gehe jetzt in den obi markt oder in den tom markt oder in den hornbach markt und hol mir den da und bezahlen an der kasse und gehe nach hause und stelle ihn auf den rasen das hat bis jetzt glaube ich hier noch keiner geschafft und wenn dann schreibt mir das mal unten in die kommentare ich bin da echt mal gespannt denn ich habe recherchiert heute und ich bin für euch nach obi gefahren ich hätte jetzt alles abklappern können aber bei obi war ich mir sicher dass es den work vision da wir zwischen wirklich gibt also ich habe alle online portale abgeklappert von obi bis tom bis hornbach und überall wie er hier seht noch nicht auslieferungsfähig nicht auf auslieferungsbar waren wann wann kommt dieser works vision der offizielle startdatum ist 16.05 das werdet ihr auch gleich in dem video sehen da habe ich mich mit den obi verkäufer unterhalten und der hat mir einiges berichtet warum weshalb und wieso der momentan noch nicht im handel da ist oder verkaufsfähig ist und nicht oder nicht verkauft werden darf was auch immer schaut euch das video jetzt gleich an ich bin extra für euch nach obi gefahren und habe ihn mir mal anschauen wollen live und in farbe und was ich dann letztendlich im markt angetroffen habe das war das müsst ihr euch einfach mal überraschen lassen also hier mal eine recherche und da werde ich euch dann noch mal einiges zu sagen so stand der dinge ist hier gab es nicht es gibt auch nur ganz wenige häuser die ihn wirklich live vor ort stehen haben da hat sie mir jetzt freundlicherweise im computer zwei häuser genannt da können wir jetzt gleich mal hinfahren und mal schauen ob er wirklich live im markt dazu zu sehen gibt online mäßig auslieferungsdatum erst 16.05 offiziell hat sie mir auch so gesagt gerade eben und das ist der stand der dinge online mäßige auslieferung 16.05 nur wenige märkte in der bundesrepublik haben den wirklich vor ort im markt stehen und die zwei märkte hat sie mir jetzt aus dem computer raus gesucht und da fahren wir jetzt mal hin wo ist immer die nächst größeren den sie mir empfohlen hat und da schauen wir jetzt mal nach da kommen wir nicht in den sie mir in die zeige ich wieder renommend haben wir schon mal wieder das smartsteam mit mir immer noch jedes mal in die ja und dann haben wir jetzt mal wieder die in die plunge eine in die jeter und die jeter z quelation die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.